Scheiße, das wäre schon perfekt, weißt du das? So richtig so very, very, very nice. Okay, ich spreche noch ziemlich schlecht Englisch eigentlich. Das sind jetzt eigentlich die Basics, ne? Na gut, ich kann ehrlich gesagt gar nichts mehr. Ich stand in Englisch auf zwei in der Schule. Anna, the Livestream from Tomorrowland to Brazil is very cool and very awesome. The main stage was so sick. Okay, I find this not, I find the complete Tomorrowland in Brazil, very cool. Er haut mich weg, ist klar. Dickens, Paul Kaltbrenner and David Geller, the favorites. Okay, David Geller, not my favorite, aber Have a cool show with very good people, ne? Nicht mit mir, volle Haffung habe ich jetzt gekriegt. Wenn das wieder mein Kollege, der Destin sieht, dann wird er mich wieder schlagen. Was redest du für ne Scheiße? Lern erstmal anständig auf Englisch zu reden, bevor du überhaupt anfängst. Paul Kaltbrenner, Sky and Sand, Sky and Sand, das ist aber schon noch alt. Yes, Sky and Sand sind sehr cool and old are very, very old. Das ist gut, dass ich das will nicht sagen kann, ne? Haha, ex-bill in our lucky. I don't like David Geller. Also David Geller ist gar nicht so schlecht, finde ich. David Geller hat hier gute Songs, not all Songs is good from David Geller. BVB, BVB. Tivo, danke für dein Follow und willkommen in der Lucky Zone. Kommt morgen PS3. Ähm, Trapp, wie gesagt, ihr entscheidet das über der Facebookseite. Nein, wir gehen nur über auf den PC. Nein, wir gehen nur auf den PC. Wir spielen jetzt demnächst mit dem Gameboy. Aber was ich mir schon überlegt habe, dass wir auch... Nein, aber dass wir mal mit Android streamen werden. Das wäre natürlich auch was ganz Geiles. Müssen wir uns mal überlegen. Trapp von 6, er ist neu. Na dann, wir kommen. Neulinge stecken wir gerne in die Mülltonne. Hallo, wir sind ein Deutscher. Was tun wir jetzt, wird Christian rassistisch? Christian hat ein bisschen eine lange Leitung, wir reden schon längste Zeit auf Englisch. Ach, wir entscheiden, meinst du? Ja, genau. Ich haue einen Post raus auf Facebook. Müsst ihr natürlich genau lesen. Den aktuellen Post, nicht die letzten zwei oder drei Posts. Ja, wie gesagt, deswegen immer genau lesen. Und dort stelle ich auch die Frage, was wir am nächsten Stream starten wollen. Okay? Komm her, du Lüber. Das ist halt wirklich schweinewichtig. Es kam auch schon vor, dass man schon in ein paar Posts vorher noch mal reingepostet hat, was man gerne sehen möchte oder zocken möchte. Da erwähne ich das gerne nochmal. So, was wollen wir denn jetzt eigentlich machen hier? Was ist los? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, hast du gescheite Rennen am Starten, dass man wirklich sowas machen können? Ja, glaube ich habe ich auch noch ein bisschen gemacht. Das war ich so sehr von der Abo-Langit, ey. Na ja, dann werde ich gelieb dich dann. Sag es, sag es den Kollegen, sorry, aufnommen ist Müll. Den Part müssen wir auslassen. Kann ja mal. Anna, I send you later the link from Racelive Music and you join to this page. This is a platform for electro-music makers and you can present your music and this platform present and support your music. Leute, merkt euch das. So macht man Kontakte über andere Streamer. And this is for zero. Zero money. This is all zero. Oh, this is all zero. No, not, this is, was, was heißt gratis auf englisch nochmal? Free. Was? Anna, this is all, the complete support is for you and all electro-music makers free. Very free, very good support. Thank you. Max, dein Willkommen im Stream, wie geht's dir stets? Boah, Techno juckt mich nicht. Wir haben jetzt Techno im Hintergrund laufen. Kannst du dir gerne was anderes wünschen? Bamp, bamp, bamp. Oh, shit, ey. So hin? Ähm, Rennfreak, du warst ja den Tag nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, vielleicht das ist ja noch mitgegericht. Oh, okay. Ich muss die ganze Liste löschen, ne? Von Locky Sound TV mach ich immer. Und die müssen mich halt immer wieder anfragen, ja? Sonst wird das halt echt zu viel. So kann ich während des Games annehmen. Wir können dann auch chillig starten. Ohne Komplikation. Ich tue mal einfach jetzt hier Dings. Ich fahre nachlässige Irgendwie gerade das, was auf meinen Bildschirmen abgeht. Ey, Lucky, hast du gar kein Problem. What? Gar kein Problem, sag ich. Gut, perfekt. Ja, es ist einfach so. Ich kann da auch keine Ausnahmen machen. Hab ich gestern schon erklärt. Und wenn ich dann eine Ausnahme mache, dann kann ich beim nächsten eine Ausnahme machen. Und dann, also ich hab gezählt. Was heißt gezählt? Brauche ich ja nicht. Zeig mir die HEP an. 250 Leute. Und das innerhalb von zwei, drei Tagen. Ist schon übel. Deswegen lösche ich das am besten gleich weg. Ah, okay. I visit the page tomorrow. Also kriegt gleich den Link von mir. Timo, auf was zockst du denn? Und Markstyle, wie sieht's aus? Auf was zockt ihr? Gemeint, Paschi, bist du auch noch am Start? Paschi, was ist das? Ja, wir liegen da wieder bannen, ne? Gute Mods. Ich hab ja die Erlaubnis. Ich hab perma-Erlaubnis. Was ist denn? Sperma-Erlaubnis? Ja, das müssen die Mods halt dann wissen. Weißt du, was ich meine? Ihr könnt natürlich auch beim Base live vorbeischauen. Ihr streamt auch. Ne, ich let's playe Video für YouTube. Also, streamt tue ich nicht. Ja gut, aber du hast ja auch schon gestreamt. Mit deiner Community. Ja, stimmt. Mit dem Namen. Also, können sie ja trotzdem mal vorbeischnicken. Ansonsten muss ich dich defollowen, weil du ja nicht streamen tust. Das ist ja dann nur ein weiterer Name. Ich hab ja auch nicht gestreamt, aber ich denk mal, dass ich morgen streamen werde. Bist du hobbylos oder was? Ne, irgendwie sollte ich es die ganze Woche über nicht sagen. Also, nur hobbylose streamen nicht, ganz ehrlich. Ja, ich weiß nicht. Immer wenn ich streamen wollte, lief irgendwas mir dazwischen. So wie jetzt in der Aufnahme zum Beispiel. Genau. Oh shit. Tyler, Blue, Mary, Teddy, was geht? Und, space, warum kannst du nicht flüchten? Das braucht eh keiner hier. Guck mal, hier nur drei Rüstung. Weg damit. 32. Das ist eh so ein los. Der Kumpel, der Kumpel, der Kass weg. So, und jetzt die Blut. Wieso ist denn dein Gepick voll genug? Max, lädst du mich ein oder Max? Oder hast du kein Rennen? Na, meine Rennen sind verschwunden. Muss wieder aktivieren. Boah, ich hab auch keine Anmeldedaten gerade im Shuttle. Na, was hast du nicht? Ja, ich hab von Hockstag gerade die Anmeldedaten nicht gekauft. Ich will mich runter zurück, sie jedes Mal wieder. Immer sind die Scheiß-Singer weg. Oh, ein oranger Ring. Loot, loot, loot. Wir sammeln alles auf zum Verkaufen. Tut, 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 wir fahren mit dem Zug. Ja, was wollen wir denn machen? Das wird sonst langweilig. Ich hab sonst keine andere Mission. Und heißt, mit Randoms wird ein bisschen schwierig. Kann man probieren. Fliege ab. Mit Randoms ist es immer schwierig. Aber eins weiß ich, wenn ich morgens streamen sollte, dann wird auf jeden Fall erst Assassin's Creed Black Flag wieder gestreamt. Und dann nachgehst du aber zu Paragon. Oha, Teddy, was soll das bedeuten? Enteutscht du mich? Sorry, ich musste dir jetzt was sagen. Und ich sterb immer noch. Ich bin so schlecht. Das ist ja nichts Neues. Hey, ja, ist mein Einschlaß-Stream. Eisskalt, ne? Die Einschlaß-Stream bleibt zu lange, dann bis ich einpenn. Ey, 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 ey. Geht das raus? Immer. Immer. Alter, ich könnte jetzt gemeint sein, aber dadurch, dass wir ein Verbot gekriegt haben, spezifisch gegen Personen beleidigend zu werden, drück ich es jetzt mal farblich nett aus. Alter, bist du irre? Farblich nett aus? Farblich nett aus, ist klar. Hast du es aber wirklich farblich gut ausgedrückt? Mit ganz viel Farbe. Natürlich gibt es auch nicht farblich gut ausgedrückt. Der Gefängnisausbruch ist Vandom, Alter. Wir sind nice, ne, Wolf? Ja. Leider, 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 leider. Bei mir ist es nicht gefängn. So, jetzt habe ich eine bessere Waffe. Jetzt muss ich mich aber nehmen bei Portals. Blueberry Teddy, was los? Wieso, weshalb, warum? Was geht da bei dir? Talzin streamt aber nicht mehr, das finde ich traurig. Du bist mein Tyler. Sowas. Guten Morgen, Lopez. Sowas darf man doch nicht in den Stream schreiben. Oh, Salzin streamt wieder. Hat er nur kurz zwischengeschaltet. Okay, das bedeutet aber nur, dass du ein gutes Abendprogramm bist, ne? Also mal auf Starroo geguckt, Alter. Wir haben 5.34 Uhr. Ja, dann halt ein gutes Morgenprogramm. Ab die Cornflakes raus. Lopez, willkommen im Stream. Wie geht's? Wie steht's? Guck mal, keine Reaktion. Ist bestimmt schon eingeschlafen. Ich frage mich, auf was für ein Dings wir gerade hier spielen. Ich bin jetzt mittlerweile Paragon Stufe 12. Reißt immer noch nichts. Die machen mich instant kalt. Ich bin einfach nur der fucking Noob. Der fucking Noob. Wir haben euch weiter nochmal, Jungs. Ciao. Hallo. Ich wünsche. Frohe Weihnachten. Ich wünsche guten Morgen. Ich wünsche frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wenn man überlegt, wie die Zeit vergeht, ist es echt fix, ne? Ja. Ja. Komisch, wenn man in der Schule ist, auf Arbeit, vergeht die Zeit nie. Und also wenn es nicht so schnell. Ja, wen kommt es denn genauso vor? Schule? Ach du Scheiße. Gerade mal die zweite Stunde. Arbeit? Erstmal zwei Stunden rum. Also wenn du genug Zeit hast. Und Freizeit hast, vergeht die Zeit relativ fix. Schon scheiße. Schon komisch und kurios. Die eine, die immer lacht. Wie ist es denn eigentlich mit dem Gegner-Modus? In-and-out-Woche. Ja? Was ist denn? Weiß es nicht. In-and-out-Woche. Ja. 29. bis 8. Äh, mei. Tyler, der Blueberry-Teddy bist du noch da. Wer ist denn noch im Stream? Schreib mal was in den Chat, Mädels. Ich kann nur. Tür abgehoben. Was machst du denn? Hast du einen grüftigen Grund dazu? Natürlich immer. Kannst du dich entschuldigen? Fies, ja kannst du dich entschuldigen dafür, dass du nichts schreiben tust. Glaube ich nicht. Ich penne gleich ein. Der nächste, der gleich ein pennt, ich auch. Sei beruhigt.